Wie ist es dir gegangen? Heute ist der 21. April. Ich freue mich natürlich von dir zu hören und ich wurde wirklich zu einem Opfer der Sterne. Also der Krieg der Sterne hat sich bei mir gestern wirklich massivst manifestiert und ich möchte in dem heutigen Video einfach mal zeigen, was sich astrologisch bei mir in den Transiten abgespielt hat, wie ich das empfunden habe und was ich aus der Krise gemacht habe und wie ich aus der Krise auch wieder rausgekommen bin. Also zuerst einmal, wie ist es dir denn gestern gegangen? Gestern war ja dieses Sonnenfinsternis. Wir haben es bei uns nicht gesehen in Europa, aber eben der 20. April war ja eben diese wirklich massive Sonnenfinsternis. Ich habe schon ein Video dazu gemacht, also kannst du dir gerne auf dem Kanal anschauen. Und heute geht es mir darum, was tust du, wenn die Sterne erbarmungslos zuschlagen? So wie bei mir. Du siehst hier richtig in meinem Horoskop Krieg der Sterne. Da geht es zu. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Ja, fast so wie die Gefechte mit den Raumschiffen bei Star Wars geht es da bei mir zu. Und die größten Spannungen siehst du, wenn du bei mir raufschaust, so ins zehnte Haus, da siehst du meine Sonne, meinen Uranus, meinen Merkur, meine Venus und meinen Mars stehen. Und diese fünf Planeten schießen bei mir natürlich so in die Öffentlichkeit raus. Also ich bin in die Bestimmung, in die Öffentlichkeit. Also ich bin ein Mensch, der sich irrsinnig gerne natürlich auch mitteilt, aber auch der ganz viel auch auf der beruflichen Ebene macht. Also das ist für mich eines der riesigen Bereiche in meinem Leben, ist wirklich so dieses Berufliche. Und gestern ist etwas geschehen, was mir eigentlich so noch nie geschehen ist. Und zwar, ich habe einen Termin völlig versäumt. Mir ist so etwas wirklich so in dem Stil noch nie wirklich passiert. Also so massiv, völlig tabula rasa. Also wirklich eine ganz, ganz blöde Geschichte. Und das Interessante ist ja nicht einmal, okay, man kann sagen, einen Termin übersieht man mal, obwohl ich auch sage, so etwas mache ich normal nicht, weil ich da sehr zuverlässig bin. Aber das Interessante ist, wie ist es mir denn damit gegangen? Und es ist mir elend gegangen. Also mich hat so richtig wie der Schlag getroffen, dieses Was, ich habe es vergessen, um Gottes Willen. Es ist auch nichts passiert, bitte. Es war jetzt nichts Tragisches. Es wurde alles, also es ist dann jemand anderer, Gott sei Dank für mich eingesprungen, hat das ersetzt. Aber trotzdem, so etwas ist mir noch nie passiert. Und wenn du dir hier mein Horoskop anschaust, dann siehst du, dass dieses Sonnenfinsternis bei mir im vierten Haus stattgefunden hat. Also was ist das vierte Haus? Das vierte Haus ist ja so dieses Gefühlshaus, das Krebshaus, das ganz tief unten, wo deine Gefühle sind, was du in dir trägst. Und genau da hat die Sonnenfinsternis stattgefunden. Und so habe ich mich auch gefühlt. Ich habe mir nur gedacht, um Gottes Willen, was ist da jetzt los? Was ist mit mir los? Ich kenne mich so nicht. Ich habe kein Gespür mehr für mich. Also es ist wirklich so bei mir gewesen, dass ich mir gedacht habe, ich habe da überhaupt kein Gespür mehr für mich. Was mache ich denn überhaupt? Wie kann ich denn überhaupt jemandem einen Termin zusagen, wenn ich dann Termine vergesse? Also das war für mich wirklich die größte Irritation schlechthin. Und wenn du dir das anschaust, ich hatte das alles in der Opposition stehen. Also Sonne auf Sonne und Mond auf Sonne. Also das sind lauter so Oppositionsenergien. Und die Sonne, also dieses Sonnenfinsternis dann in Kombination eigentlich mit dem Mond, ging dann auch noch auf meine Merkur, auf meine Venus. Es ging auf meinen Mars und auch noch auf meinen Uranus. Also auf alle meine Planeten im zehnten Haus war quasi diese Sonnenfinsternis eine Opposition. Und genauso massiv erschüttert habe ich mich gefühlt. Ich habe mir dann heute erst so das Astrologische angeschaut. Dann war es mir auch klarer, warum es mich da gestern zugeworfen hat. Und ich bin wirklich eigentlich ein Glas mehr als halbvoll Typ. Also ich bin grundsätzlich ein Optimist und ich bin auch davon überzeugt, dass es immer einen Weg gibt. Aber in diesem Fall war es einfach wirklich frappierend. Also ich habe sowas in dem Fall noch nie so erlebt. Und was noch dazu kam zu dem Ganzen, ich meine das beschäftigt mich jetzt sicher noch länger. Aber ich habe ein Pluto-Quadrat auf meiner Sonne, Pluto auf Sonne und ein Pluto-Quadrat zu meinem Uranus. Und Uranus im zehnten Haus heißt ja auch, da ist viel Bewegung oft auch in diesem beruflichen Haus. Das heißt, man erfindet sich oft neu, da macht man viele Sachen, man will viel ausprobieren und das passt ja auch. Und da der Pluto drauf, dann heißt es wieder, das drängt richtig nach Transformation. Und das ist wirklich so ein ganz starker Transformationspunkt. Und dieser Pluto ist ja gerade in den Wassermann gewandert. Und genau da schießt mir quasi dieser Hundling direkt so rauf auf meine Sonne, auf meinen Uranus. Und macht da ein Quadrat hin. Skandal sozusagen. Also ein Spannungsaspekt. Und Sonne-Pluto ist ja auch so ein Transformationserlebnis, so ein Sterbeerlebnis oft einmal. Und das habe ich gestern auch noch einmal ganz, ganz stark gefunden. Also empfunden, nicht gefunden, sondern empfunden. Und da waren noch mehrere Spannungsaspekte. Also ich gehe da jetzt gar nicht auf alle ein, weil das würde einfach auch den Rahmen sprengen. Das, was vielleicht interessanter jetzt für dich ist und worauf ich heute in diesem Video auch noch hinaus will, ist, Was habe ich denn gemacht? Was habe ich bitte als, mit meiner, nun gut, 21 Jahre bin ich jetzt als Energetiker, als energetischer Therapeut auch tätig. Und seit 28, 29 Jahren beschäftige ich mich mit der Materie, mit diesem ganzen tollen Wissen, das ich habe. Nicht jetzt, weil ich sage, ich bin so gescheit, sondern das sage ich deshalb, weil ich ja viele kennenlerne, die ein enormes esoterisches, energetisches Wissen haben, ein Riesengespür, aber nie was richtig umsetzen können. Und ich bin ja eher so der Baron-Mönchhausen-Typ. Das heißt, ich schaue immer, wenn ich im Sumpf stecke, wie kann ich mich an meinen eigenen Haaren wieder rausziehen. Und meine Strategie war ganz klar, so stopp, es reicht, ich muss jetzt mit einer Psychologin sprechen, mit einer befreundeten Psychologin, weil ich gemerkt habe, ich bin absolut unrund. Und das ist zum Glück eine liebe Freundin. Und da bin ich unendlich dankbar, dass ich eben auch so einen Freundeskreis habe, so einen breit gestreuten, auch voller Professionistinnen und Professionisten. Und ich habe ihm diese Psychologin angerufen und heute, und ganz unerwartet, ich war auch ganz baff, dass die auch abgehoben hat und wir haben dann miteinander telefoniert und zuerst einmal ausgetauscht, wie es uns geht, was sich getan hat, wir haben uns eine Zeit lang nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, du, ich muss dir jetzt was erzählen, weil ich habe an meinen Fähigkeiten und an meiner Gesundheit gezweifelt, weil ich wirklich einen Termin völlig übersehen hatte. Und dann bricht die in schallendes Gelächter aus. Und hat sich bei mir auch noch entschuldigt, entschuldige, dass ich jetzt lache. Und dann sage ich, was ist denn leicht? Und sie sagt, mir ist gestern zum ersten Mal in meiner Karriere genau dasselbe passiert. Ich habe auch jemanden vergessen, ich habe einen Termin übersehen und habe auch wen stehen lassen. Und diese Synchronicität war wirklich fantastisch. Und noch eine andere liebe Freundin hat auch was übersehen beruflich. Und ich habe es jetzt noch einmal gehört, auch noch mal von noch einer Freundin, eben vorhin, bevor ich das Video aufnehmen wollte, die hat gestern auch einen Termin übersehen. Und das sind alles präzise, zuverlässigste Leute. Und die haben alle etwas gestern übersehen. Und das ist wirklich so ein klassisches Beispiel von geteiltes Leid ist halbes Leid. Also wir haben herzlichst gelacht, haben uns jetzt demnächst wieder für einen Kaffee verabredet. Da freue ich mich schon drauf. Es ist wirklich so grotesk, dass einem so etwas passiert. Aber das war eben so meine Lösungsstrategie. Und da würde ich dich auch dazu einladen, wenn es dir so schlecht geht. Und wir haben alle mal einen dunklen Fünf-Uhr-Täter-Seele. Das gehört dazu. Aber wenn es dir so massiv schlecht geht. Und ich sage noch einmal, ich habe eine Sonnenfinsternis in meinem untersten Gefühl gestern gehabt. Also das ist wirklich sehr, sehr düster und dunkel. Dann schau immer, dass du irgendwo einen Ausweg findest. Und ich habe gewusst, okay, ich brauche jetzt ein bisschen ein Korrektiv. Ich brauche ein Licht im Außen. Und auch wenn das jetzt nicht der Puzzlestein war. Es war einfach erleichternd, da jetzt mit jemandem zu reden. Und ich würde dich auch dazu einladen, such dir jemanden zu reden. Such dir eine gute Freundin, einen guten Freund. Tausch dich aus darüber. Aber wenn du niemanden bei der Hand hast, dem du das anvertrauen möchtest, oder das hat niemand Zeit, dann erzähl es dir mal selber laut. Wenn du das nicht findest, dann ruf bitte bei einer Krisen-Hotline an oder Rad auf Draht. Da gibt es, ich denke 1450 ist in Österreich die Nummer. Google es mal nach. Aber da gibt es eben wirklich so Hilfs-Hotlines, wo du auch wirklich mit jemandem sprechen kannst, kostenlos und dich austauschen kannst. Also das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und was mein nächster Schritt wäre, ist eben, wenn ich so einen inneren Dialog mit mir selber starte, ist immer das, was kann ich denn jetzt tun? Und ich habe mich dann gestern einfach auch mal ins Bett gelegt, habe eine Stunde geschlafen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, okay, ich muss mich jetzt einmal regenerieren, weil ich packe das jetzt gerade überhaupt nicht, was da gerade abgegangen ist und was da gerade gelaufen ist. Wie gesagt, das hat keine Konsequenzen gehabt, keinerlei Konsequenzen. Aber, und das ist alles gut gegangen, aber für mich war das eben ein ganz, ganz massiver Schock. Und wenn ich mir das nochmal so anschaue, so vom Astrologischen, wundert es mich jetzt eigentlich nicht mehr. Und wenn du niemanden findest, wo du sagst, okay, da kann ich mit einer Freundin, mit einem Freund reden, dann bitte, dann such dir einfach Hilfe. Such dir einfach Professionistinnen, Professionisten, die sich mit dem beschäftigen. Und für das sind wir da, für das machen wir diese Arbeit. Wir sind da, dass wir zuhören, dass wir mit Rat und Tat auch zur Seite stehen und dass wir natürlich jeden auch in Krisen unterstützen. Und auch wenn das astrologisch ist, wenn du da reinschaust und auch nur hörst mal, hey, das geht vorbei, hey, da geht die Sonne wieder auf, hey, da tut sich wieder was, da verändert sich wieder was, dann geht es dir schon leichter. Und in meinem Fall war es auch wirklich schon leichter, wenn ich mir das astrologisch anschaue und sehe, wie soll es einem denn gehen mit einer Sonnenfinsternis in den Gefühlen? Also was ist denn da bitte, was ist denn da bitte die Analogie dazu? Und die habe ich zu 100% so wirklich so durchgemacht und erlebt. Und da brauche ich mich auch nicht wundern, würde ich mal sagen. Also, in diesem Sinne, ich würde es dir noch einmal ans Herz legen, sei einfach offen, mach dir bitte keine Gedanken darüber, wenn es mal schlecht geht, denn es geht dann am nächsten Tag auch wieder gut und habe keine Scheu davor, dir Unterstützung oder Hilfe zu suchen. Und du siehst, heute geht es schon wieder gut. Und gestern, 20. April, war der Albtraum. Ich bin gespannt, wie es dir am 20. April gegangen ist. Schreib es mir gerne in die Kommentare, wie hast du diese Sonnenfinsternis, diese erste Finsternis des Jahres erlebt. Und vielleicht interessiert es dich ja, wo es sich abgespielt hat bei dir. Und ja, dann schau dir es einfach mal an, in welchem Haus du diese Sonnenfinsternis hattest. Ich wünsche dir eine gute Zeit.